die die russer sollte und herzlich willkommen zu einer runde infovideos je nachdem was haben möchte und das war es so ist beschäftigt es gibt ein paar themen zum ansprechen und zu einem das wäre weil bei mir unregelmäßig videos kommen ich darf es gesperrt nicht die hand nehmen ja stimmt dass wir noch keiner nehmen es mit einem zeigen nämlich also gutes thema ist jetzt erstmal hier jojo hat ein schönes textback gemacht ja gut was heißt schönes textback ich schalte ganz mal specks textback das wird noch jetzt überarbeitet also es kommt jetzt kommt komplett eigene textur da rein ja kommt komplett einen text und vom sind auch meine ideen bis in jules in den um derzeit ist es einfach gleich mal mit ernten wenn wir haben den komplett neue schwertel der buchlichen noch gleich geblieben nein ich habe es gerade woher jetzt muss sein was ich weiß doch ist das einfach weiß die sieben zu tun hier ein dumm ja ein eisenrein und dann anliegt man es klinge der unfähigkeit ja man sieht richtig hier hat ein unfähiges schwert gemacht aber man muss auch sagen die im singe player wenn man die sprache als normal hat dann heißt das ding auch klinge der unfähigkeit nur dass ich jetzt am kommenden server weil hier und extra placken drauf ist damit das gleich heißt was der bis zwei und so weiter so und dann haben wir eigentlich nur vor ein paar also auch die ganzen werkzeuge auch ein bisschen um zu ändern einst und haben wir ja das hat mich schon lange gesagt es wurde ein schönes machen zu einer woche ja ich muss ja die ganze Arbeit machen ja ich weiß wir kommen bei dem die guten Ideen ich bin 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 ich es ist genau so sinnlos wie er sagt es auch mal immer eine beispiele die jetzt irgendwas beispiele ist ja weiß ich nicht ich bin ich werfe es mal an meine idee rein wir bauen eine eigene etwas mehr beispielsweise was wir hier vorhaben auf jeden fall dann würde ich sagen ja gut das war meine idee damit zu sagen nein das war meine idee und so was sagt dann nicht das war meine idee deine idee zu klauen ich bin 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 ich einfach schon mit dem klungen klingende unfähigkeit für fest weil es ist wert ist einfach pvp pvp king of tea ja das muss man auch noch zeigen nachher äh ja gut äh das zweite thema ist warum bei mir unregelmäßig wie das kommt es liegt zu einem darin dass ich am zu sagt einfach mal kein bock habe einfach mal irgendwas zu machen stimmt es wirklich und zweitens liegt das einfach dass wir die schule bekommen hat und ich muss mir auch ein bisschen auf die schule kommen sind konzentrieren und ja ja webe nirgendwo sind pro prozent anderen so auf jeden Fall haben ich werde zu suchen auf jeden Fall um professionelle wird sind mal meine Videos ein bisschen aufzunehmen und noch ein paar bessere zum Netz zu machen zum wenn er jetzt weil um wie man sieht ich liegt sehr wenig Wert auf meine Sammlung und sieben Prozent Prozent übrigens wurde kommen uns juckt uns gerade nicht das konnte nicht nur so ja wo er hat er dort er wurde eben umgekehrt und scheiß drauf und das ohne Spezialität mein Gott Arnie das dritte Projekt ist einfach warum bei mir einfach so unendlich viele Projekte nie beenden nie beendet sind das dritte Projekt hast du gesagt dritte das dritte Thema ja es sind einfach die Projekte was eine Community Projekte einfach was ist hier zum Beispiel zum Beispiel haben wir jetzt vor kurzem haben wir angefangen mit ähm Crazy Cube das ist jetzt auch wieder ähm ja wieder lahmgelegt weil es sich keinen nie an die Regeln hält ja das war ich wirklich jetzt es hat ja niemand an die Regeln halten und was sich was alles sagt man dumm sie mir soll man was weiß ich habe auch nicht so wirklich mitbekommen also ich bin so wie ich das verstanden habe sie haben sich halt nicht an die Regeln gehalten erscheinen wenn wir ja stirbt habe ich und das habe ich auch nicht irgendwie verstanden wenn man stirbt dass man irgendwie was machen muss also wenn ich was richtig verstanden habe hatte man ja eine begrenzte Lebenanzahl ne ja ich bin der Zeug und ich bin gestorben ähm ja egal und es ging halt auch darum dass die Community entscheidet wer in die PvP Arena soll es sollte aber es sollte also jedes Wochenende ein PvP-Battle stattfinden in einer Arena so wie ich das verstanden habe allerdings haben wir welche so viel vor produziert weil man durfte ja glaubt nur ne Stunde glaubt ne 3 Stunden pro Woche ja und das finde ich auch irgendwie ein bisschen zu viel weil wenn man sich überlegt und die maximale Begrenzung von der Folge war ja 20 Minuten das heißt also in der Woche jetzt ähm na 3 ne 2 x 7 sind na 14 dann nimmt man das jetzt nochmal 10 dann wären das 140 ach bitte kein Natta heißt also wenn dann vielleicht nur in der Woche werden vielleicht so 2 Stunden irgendwas dann kommen also ja das ist er hat man produzieren können als er hätte ich nie drauf eingehen können mit den drei Stunden wenn das ja und da haben sich wohl scheinbar dann nicht mehr immer noch keine dran gehalten das heißt ich glaube die haben dann da manche haben sogar 10 Stunden Klopp rumgespielt könnte sein ich jetzt so viel ja natürlich alter was besucht ist ja immer mancher manche hatten was weiß ich was für eine Rüstung alter da waren mir noch ein Noobs hingegen mit unseren Lucky Boots und Lucky Hämter ja stimmt allerdings ähm noch zu sagen die haben dann die haben also durch das Jahr doch nicht nur auf wird aufzunehmen ja das ist auch das nächste das sind einfach und dann keinen aufzunehmen obwohl er gesagt haben dass aufnahmepflicht ist und das finde ich ja auch ein bisschen echt schadet deswegen kommt bei mir um derzeit keine Community Projekt mehr oder Schwenden irgendwie zuverlässig die Mitspieler mit dabei sind bei mir auch so ist wird so sein denn das ist ja das immer eine Pause machen aber das ist ein ganz anderes Thema das hat das wir jetzt das wir jetzt haben wir noch um Minecraft schon noch wenn ich schon noch ein bisschen sozusagen fast noch das Hauptteil hier machen weil es einfach Minecraft einfach das geiles Spiel auf der ganzen Welt ist finde ich auch bei mir kommen natürlich auch nur andere weil ich habe nämlich auch noch Projekte wie oft ist Gaming Ecke da wollte ich auch eigentlich CsGon was das ich noch alles bringt wenn er hat mir auch noch bringen und Prozent wir haben ja noch was geplant was er auch schon nicht zusammenzocken das wird um also einer meiner neuen Hauptprojekte werden aber auch die weiß ich nicht also das ist eine Planung so muss sagen ja ja weiß ich nicht oder die jahre weniger Juli und ich komme noch mal ein über die also ich und wir werden auf jeden Fall zu Nitzel von 1 2014 was ja das werden wir auf jeden Fall versuchen zusammenzutreten und jetzt ist zu laut ok laut ok ähm damit das nächste Projekt auf jeden Fall wenn man wahrscheinlich vielleicht mal abwechselnd aufnehmen mit der von 1 können wir machen oder das vielleicht eine Folge du aufnehmen und dann tun müssen wir zwei Tatspar zum ich weiß es nicht denn also zwei Parten würde ich auf jeden Fall empfehlen also ich werde es dann wahrscheinlich so machen beispielsweise mittwochs Rennen Part 1 und dann hast du äh 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 samstags dann Rennen Part 2 dass ich das halt dass das mein einziges Projekt ist dass ich dann auch nicht wieder sagen komme äh was nehme ich denn jetzt auf ich muss ja davon eine Folge bringen ich muss davon eine Folge bringen dass ich einfach keinen Stress habe dass ich ein Projekt aufnehmen kann dass er wirklich auch durchziehen kann also das ist jetzt so meine Planung und ich werde dafür dass wir dann einfach beide aufnehmen denn jede Rennsituation wenn wir uns beispielsweise beide angenommen da betteln sozusagen um irgendeinen Platz das ist ja das ist ja von beiden Perspektiven gespannt ja weißt du also ich zum Beispiel als Zuschauer ich habe bei Dana und Jay ich kenne ja gerade jetzt jeder kannst du einfach sagen Dana und Pete Smith einfach und da von Jay und so ja ja genau aber ich war ja auf jeden Fall bei denen habe ich einfach immer immer beide Sichten geguckt weil es einfach immer andere Situationen waren weißt du es waren beispielsweise der eine kämpfte mit dem der andere kämpft direkt hinter dem und versuchten beide zu überholen das ist einfach von beiden Perspektiven so spannend wenn man das gut gestaltet dazu kann ich nur noch ein bisschen sagen dass ich auch von mir einzeichnet bin sozusagen auch fast schon ach das war ich auch nur ach das ist ja auch schießt ich weiß also hat mich nicht in Bogen oh ne gut erzähl weiter erzähl ich weiter warte und so brauche ich habe und hier sind aber was das hat gesichert Oh Gott nee für die Kruse was in Bogen ich will nur die Boxen gehen weg ich war doch auch in Ordnung da war aber ich bin also nicht tot und ich bin verstummt ich bin verstummt er soll es auch so gut Oh Gott er war ein Wort und das ist Alter wir können mich treffen weg 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 Aua mach das so eine kleine Zwischenverbände ich habe nur eine Eihalp Herzen heißt das so wichtig Report so постоянно auf jeden fall er bringt sich auf jeden fall geplant bei mir sind eigentlich noch projekte auch geplant wie zum beispiel glaubt zusammen mit hallo also hallo wird dann nicht mehr aufnehmen weil er hat ja also das auch schon ich habe nicht okay das war es nicht sagen ich würde für wahrscheinlich mit hallo dann auch noch landwirtschaftsleiter 15 bisschen zocken auch noch wenn er es auch hat aber ich habe mich an die haben versorgt ohr also zwei herzen auf jeden fall die das brichtprodukte wahrscheinlich auch noch kommen auf was und so wird wahrscheinlich wieder die meisten nicht mögen oder was weiß ich was dazu kommt es noch dass man auch noch ein großes bäscher auch noch so ein bisschen geplant haben und es tut mir leid noch nicht verzählt um er hat als er weiß was ich meine ich kann ja schon mal sagen wer dabei sein wird ich habe muss man lassen dabei sein wird auf jeden fall vielmehr lp ich auf die hallo wir wollen wirklich so viel mal weil ich finde also wir auf jeden fall zu viel haben wir beide auf jeden fall schon unsere grundidee hallo hallo auch was das ist etwas da gab es ein gespräch im whatsapp aber das ist nicht auf youtube würdig auf jeden fall die ist alle beide ich aufgezählt habe also vielmehr hallo ich und an die ob wir dann noch jemand nehmen wissen wir noch nicht ich wollte es noch in der warte ist es ja es war ein riesengroßes special einfach bei mir sei schon lange geplant haben wir schon fast genau ob alle wenn er sich ausgerutscht ich habe es für uns hat auch ich habe es auch was sagt ich habe es nicht gesehen ich habe es nicht gesehen leider nicht aufwand das ist nicht wahrer weg was denn was will der von mir aus? um der gut ist was ich jetzt nicht an der Wand oder haben denn das ist ein gesprungen das ist ein gesprungen das ist noch zu ziehen Prozent Auer es gibt noch zu ziehen es gibt noch zu zehn Euro keine Ahnung ich bin da konzentriert ja ich auch oh Gott ich war da hochgeschossen einfach ich hab alles mit Herzen ich bin geschützt Anni Anni der Anni zappt auf der Anni zappt wir haben mich untergebaut Edovich nein nein Alter Liebes Kometin bitte band solche Leute ihr habt ihr den Namen er wird die ganze Linie nicht nur vor zehn hien das kann nicht sein was ist er bei Anni ich bin ich vorhin runter ich 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 es ist es ist Orte Ruh vieler Kölner Schütteln wir werden so schnell die bestehe wo ich würde schon er hat das Recht bekommen um der gute ich werde auf jeden Fall ein bisschen versuchen jetzt auch ein bisschen mehr Professionalität habe ich ja schon gesagt meine Videos rein zu stecken ich möchte versuchen regelmäßige auch Videos hochzulernen weil ich möchte wahrscheinlich versuchen das vielleicht abwechselnd um jeden Tag mindestens 15 oder 16 Uhr werde ich auf jeden Fall versuchen um ja das hat die Medien kommen wahrscheinlich wird dann immer Minecraft nix Minecraft Minecraft nix Minecraft ich weiß nicht wie 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 vieles pro Woche so hoch Köln momentan nichts schreibt man einfach oder nein geht er nicht mein Gott weiß ich habe mir über vorhanden ich stehe so aber ich krieg nichts ich will auch nicht und ich habe erwischt ihm hat er sich jetzt was ich weiß ich weiß ich kann ich dagegen machen was man schon wieder an der Arbeit kürzen wenn Julia wieder dachten hat müssen eine muss er muss einen runter bauen der dann uns runter baut also das ist deine Bilder Entschuldigung ja naja 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 verreckt einfach gerade mein Wasser feier ich gerade er wird er wird ja ich muss ein bisschen hinzukriegen wenn es nicht dann tust mir wirklich sehr leid nun was er geschrieben hat mit welcher ich gut bin ich hätte ich mich hier ein bisschen größer mit er war mich von ein Eisen ich brauche die Erlösung aber auch ich habe auch aber ich habe auch noch ein 1 erweiten sie mit zwei Schwer weiß nicht wenn er war so ein bisschen ist gut ich habe einen Bogen schon ich habe ein Grund was kann man jetzt schreiben einfach schreiben sie 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 ist k k 4 15 bei den das ist eine Beleidigung vielfält ich hab schon mal groben Einblicke gehabt einfach was ähm wir haben wir sind auf der Seele liegt und alles um tut mir wirklich leid dass kaum Videos kommen zu mir noch die Lippen ich bin ich bin auf jeden Fall ich würde sagen genießt Gameplay jetzt noch voll wenn wir werden jetzt noch mal reden so was ich jetzt geschrieben habe pass auf und das war mein letztes Wort die Lüge die Lassen nach der Zeit und die eine rechte Lüge das Ding der wurde bei mir gemacht das müssen wir sind die nach dem Kopf wurde in Zukunft ach so es wird jetzt einfügen jetzt kommt jetzt kommt die Warte jetzt noch Bülent das Wort nun herzlich willkommen zu hohe ich den guten Bett was von dem Umfeld alle zu ficken werden jetzt von der Mitteilte reden er und ich schreibe nicht mehr zu den Händen er wusste auch so und wusste Loll also hat der Wann 1 die er hat nicht so ist der Bläh mal wieder ich wollte es nicht weiter und das kann es nicht machen okay kann eben schön gefahren gewesen und jetzt geht es wie los geht die Formel von vorne los das ist Betten aus willkommen in unserer Welt momentäglich spielt ich bin ich ich bin ich so in Höhe müssen wir sind total die Zukunft ins Gehen ich kann nicht mehr und in die Schule sondern so ein nur von morgens bis abends nur noch Bettlos Schäuze nein ja das ist ein Eisen da haben wir jetzt alle einsachen drauf weiß ich hab jetzt nicht zu kennen Joach macht er keinen Spaß mehr wir können noch ein paar Geschichten sehen wie man auch heute kommt den Tod er wird rennen der Kier und mit der Bischofen für nicht bekommen die Wartezeit Lohr schnell schnell einfach schnitt der Rote Sutter abschnellen Geld abschnellen Geld was er in der Kiste ausräumt ich habe 13 15 Gold nehm ich mal mit komm schnell oh Gott die sind direkt hinter uns ok Jan is accepted sag ich nur ja ich will ich dann der ist direkt da ich mach mir noch P-Schwert oh oh fuck 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 äh ich mach mich mal hinter den Villager er kommt er kommt wenn du Lohr dich verbunden ah super was du lebst noch? ein ganz okay weil ich die Sorge unserer Base okay oh und jetzt machen wir eine Ex jetzt nehmen wir ein richtiges richtiges LP auf oh man anziehen nein muss ja nicht sein ja gut es war auf jeden Fall das Info Video wenn es euch ein Däumchen äh wenn es euch ein Däumchen gefallen hat ja haha wenn euch das Info Video informativ reich war ja ich bin ein deutscher alter er hat auf jeden Fall wenn euch das Video gefallen hat lassen positive Wert und da würde mich auch nicht verfreuen wenn ihr so ein bisschen Kritik da lassen würde auf was ich demnächst jetzt machen soll ein bisschen wenn ihr an euch bei uns kommt auf einen Kanal vorbei nö guckt auf jeden Fall nicht bei unfähigen Mühe vorbei wenn ihr das macht ja wenn ihr das jetzt macht dann könnt ihr mich aber ne sache was schuld und gut ist nö nö mit mir diskutieren das jetzt ein bisschen außer okay okay nochmal neu nein nein wenn es mir gefallen hat lasst euch positiv fest da und mann's gut macht's gut bis dann nächstes Mal Ciao